Mit dem Aktionstag Hände hoch fürs Handwerk setzen prominente Politiker aus dem Westerwaldkreis, Handwerksunternehmen und Jugendliche ein deutliches Zeichen pro Ausbildung im Handwerk. Der Initiator, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises, konnte 19 Politiker und Verantwortliche der Wirtschaft gewinnen, für einen Tag den Arbeitsplatz im Büro, in Bürger- oder Landratsämtern oder Parlamenten mit dem des Handwerks zu tauschen. Zum Auftakt trafen alle Akteure im Kreishaus Montabauer zusammen und starteten einen interessanten, spannenden und ganz neuen Aktionstag, der in dieser Form seine Premiere erlebte. Dafür wechselten die Promis vom Anzug zur Latzhose, Zimmermannskluft oder zum Kittel und stiegen auf Dächer, griffen zu Hammer oder Bohrmaschine, schweißten, backten oder malten zusammen mit Schülern und sendeten so eine ganz klare Botschaft. Das Handwerk ist eine interessante, moderne und offene Wirtschaftsmacht von nebenan. Anpacken und ausprobieren sind erwünscht. Für HWK-Hauptgeschäftsführer Alexander Baden führte der Weg nach Seck zu Schlossermeister Norbert Klünder. Natürlich in Begleitung eines Schülers. In meinem Fall war es so, dass wir von einem jungen Mann begleitet worden sind, der sich für das Metallbauerhandwerk interessiert, der seinen Horizont erweitert hat, der auch selbst die Absicht hat, im Metallbauhandwerk weiterzumachen. Ob er jetzt im handwerklichen Bereich zunächst weiterarbeitet oder ob er sich vielleicht einer schulischen oder hochschulischen Ausbildung zuwendet, konnte er im Moment noch nicht sagen, auf jeden Fall hat er seine Entscheidung doch in Richtung Metall weiter festigen können. Der 14-jährige Niklas Wick nutzte den Aktionstag, um weitere Erfahrungen im Metallhandwerk zu sammeln. Einige Praktika hat er bereits absolviert und seinen Wunsch, in diesem Bereich einen Handwerksberuf zu erlernen, wurde an diesem Tag gestärkt. Der Austausch mit Mitarbeitern, mit Chef Norbert Klünder und Hauptgeschäftsführer Alexander Baden haben dabei eine ebenso wichtige Rolle gespielt, wie auch die praktische Arbeit im Betrieb. Und hier wurde nicht gezögert, dem Schüler von der Anne-Frank-Realschule Plus aus Monterbauer auch in der Metallbearbeitung praktische Aufgaben zu übertragen. So griff Niklas zu verschiedenen Schweißgeräten und sorgte für haltbare Verbindungen bei Edelstahl und Profilschienen aus Stahl. Ich habe hier gerade angefangen zu schweißen, war ganz toll, wurde auch viel erklärt. Ist ganz nett hier, weil was nutzt das Theoretische, wenn man nicht praktisch kann. Die Pläne von Niklas Wick sind bereits konkret. Einer Lehre möchte er ein Maschinenbaustudium anschließen. Praktische Erfahrungen sind ihm wichtig, bevor es mit der Schulbank weitergeht. Eine Planung, die auch Fachmann Klünder unterstützt, der allen Jugendlichen empfiehlt, über Praktika in einen Lehrberuf hineinzuschnuppern und mit seinem Betrieb gerne den Aktionstag, Hände hoch fürs Handwerk unterstützt. Ich persönlich lege sehr großen Wert darauf, dass man sich auch in meiner Öffentlichkeit repräsentiert, sich mal darstellt, vor allem natürlich auch für junge Leute, dass sie sehen, was man machen kann, was für Möglichkeiten man hat. Und ich persönlich lege sehr großen Wert darauf, dass die Leute auch eine Ausbildung machen können und dass sie qualifiziert ausgebildet werden und im Vorfeld einen großen Überblick kriegen können durch Praktika etc., was in so Betrieben abläuft. Die Ausbildungssituation im eigenen Betrieb beschreibt Norbert Klünder als gut. Doch die langfristige Fachkräftesicherung ist ein Problem der Gesamtwirtschaft. Nur wenn Betriebe, Politik und Jugendliche hier gemeinsam anpacken, kann die Nachwuchsproblematik gelöst werden. Genau das war die Kernwirtschaft dieses Aktionstages, der auch Bürgermeister Michael Merz von der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach gerne gefolgt ist. Der Politiker hatte im Ransbach-Baumbacher Sanitär-Heizungsklima-Unternehmen MK Haustechnik von Münters Karagös angeheuert. Einmal ist das Projekt Hände hoch fürs Handwerk und da bin ich gerne dabei. Einfach mal als Politiker, als Bürgermeister in dem Fall die andere Seite zu sehen, nicht die Dienstleistung, sondern das Handwerk. Das Handwerk ist, ich habe es heute hautnah erfahren, ein ganz wichtiges Thema, ein ganz wichtiger Bereich, wo viel gearbeitet wird. Wirkt bei uns auch, aber hier mehr körperlich. Und schwere Gewichte zu tragen, Reinigung von Heizungsanlagen, wir haben eine komplette Heizungsanlage ausgebaut, abgeschnitten, neue Heizkessel reingeräumt. Das Trio Bürgermeister, Handwerksmeister und Schüler funktionierte auch hier einwandfrei. Und Unternehmer Karagös vergab seinem prominenten Mitarbeiter für diesen Tag gute Noten. Der Herr Michel Merz hat sich sehr gut geschlagen. Wir mit ganzem MK Haustechnik-Team sind sehr zufrieden. Er hat heute Morgen direkt vor dem Frühstück angefangen, eine alte Heizungsanlage demontiert, aber auch wortwörtlich hat er selber demontiert. Und gemeinsam haben wir den dann raustransportiert und die neue Anlage aufgestellt. Und die Jungs sind jetzt dabei, den anzuschließen. Das Werk dieses Vormittags wurde also bereits am Nachmittag vollendet. Müntas Karagös steht dabei in Person für die Möglichkeiten, die sich mit dem Handwerk ergeben. In der Türkei aufgewachsen, musste er nach dem Umzug in den Westerwald als Kind zunächst die deutsche Sprache erlernen. Und erzählt heute offen und gerne von den Erfahrungen, die er als Lehrling, Geselle und Meister sammeln konnte. Der Traum vom eigenen Betrieb, der ständig wächst und sich bei den Kunden einen erstklassigen Ruf erworben hat, er ist für den Familienvater von zwei Kindern in Erfüllung gegangen. Eine Botschaft, die er gerne auch den Schülern an diesem Aktionstag vermittelt. Und so musste man Müntas Karagös auch nicht lange überzeugen, sich in Hände hoch fürs Handwerk einzubringen. Habe ich direkt gesagt, da mache ich mit, weil ich bin davon überzeugt, dass das was bringt. Wenn wir an die Schulen, an die Jugendlichen durch die Politiker rangehen können, das ist super, das ist eine Gelegenheit. Wenn man dadurch, ich sag mal einfach, eine Zahl, 10 Prozent, mehr Leute sich oder mehr Jugendliche sich dafür interessieren, das ist für uns wirklich was Gelungenes. Zu den Jugendlichen, die sich für das Handwerk interessieren und an diesem Tag mit den Politpromis zum Werkzeug griffen, zählt auch Max Donhauser, der 15-Jährige über die Erfahrungen dieses Tages. Hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Als erstes war ich halt auf einer Baustelle, wo wir einen Blindstopfen von einer Solarplatte getauscht haben und halt noch entlüftet und gespült haben. Dann war ich halt hier im Sportcenter, wo wir die Heizung halt sauber gemacht haben, überprüft haben, was da nicht so funktioniert und ja, es macht sehr Spaß. Für den Schüler der Realschule Plus aus Bad Marienberg steht fest, wo es beruflich hingehen wird. Definitiv, ich plane ins Handwerk zu gehen. Ich mache halt immer Praktikum in verschiedene Richtungen momentan und dann entscheide ich mich halt. Begeistert von den Jugendlichen und ihrer Einstellung ist auch Chef Cara Göß, der natürlich seine Schützlinge besonders intensiv an diesem Tag betreute. Ich war schon bei beiden auf der Baustelle, ist klar, habe nachgehört, nachgefragt und für die ist das natürlich auch was Besonderes. Obwohl die schon vorher schulischen Praktikum und freiwillig ein Ferienpraktikum gemacht haben, ist natürlich dieser Tag ganz anders da. Das Fazit dieses Tages fiel also entsprechend gut aus. Auch bei der Abschlussveranstaltung im Kreishaus, in dem nach einem Tag Zusammenarbeit alle Beteiligten wieder zusammentrafen. Hier ließ sich nach den praktischen Erfahrungen dieses Tages auch die ein oder andere Frage durch die Neuhandwerker aus der Politik beantworten. So die, wie viel Handwerk im Landrat Schwickert steckt, dessen Wirtschaftsförderungsgesellschaft diesen Tag organisierte. Ach, im Landrat Schwickert steckt, das sage ich jetzt mal, ein durchschnittlich begabter Handwerker. Also mein Vater hatte eigentlich eher befunden, ich solle etwas anderes machen. Daran hatte ich mich gehalten, aber es hat Spaß gemacht. Ich habe gearbeitet bei der Firma Jeschel, ein Westerwälder Unternehmen, welches sich mit Kältetechnik und allen Themen dort auseinandersetzt. Wir hatten zwei junge zukünftige mögliche Auszubildende mit, also es war hochinteressant, das Spektrum wurde dargestellt und vor allen Dingen haben wir auch Kunden besucht. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass junge Leute auch mal sehen, dass Handwerker Kunden haben und wie das dort abläuft. Und so lautete das Fazit aller am Aktionstag Beteiligten schließlich. Die Inhalte und ihre Vermittlung stimmen. Die Nachwuchsproblematik lässt sich nur dann lösen, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Was Landrat Schwickert abschließend so zusammenfasste. Bekanntlich können sie nie über einen Weg bei solchen Themen etwas erreichen. Sie brauchen viele Bausteine. Und unter anderem ist auch einmal in das Bewusstsein der Menschen wieder etwas hineinzuschieben, dass Handwerk eine wichtige Rolle spielt, dass Handwerk auch eine Zukunftsperspektive hat und dass man im Handwerk auch auskömmlich Geld verdienen kann. Diese dritte Säule brauchen sie natürlich. Aber ich habe ja eben noch gesagt, also sämtliche Industriebetriebe, stehen auch nach kurzer Zeit still, wenn es kein Handwerk mehr gibt. Und wir haben im Handwerk Nachwuchssorgen. Und das sind dann auch Sorgen der Politik, weil es Sorgen der Wirtschaft sind. Alles hängt ja zusammen und deshalb ist es wichtig, Nachwuchs zu gewinnen. Mehr Informationen zur Ausbildung im Handwerk für Jugendliche und Betriebe bei der Handwerkskammer Koblenz, die einen umfangreichen Beratungsservice durch Ausbildungsexperten vorhält. Infos zur Ausbildung bei der HWK Koblenz unter obira.hwk-koblenz.de